Hi, wie geht's dir so? Gestern habe ich über Coutons gesprochen, aber ihr werdet nie wissen, was ich gesagt habe, weil diese Folge wurde nicht aufgenommen. Wir müssen jetzt auch nicht näher darauf eingehen, warum das alles gescheitert ist. Es ist einfach, die Aufnahme ist einfach gescheitert. Es ist alles den Bach runtergegangen. Genau. Es war eine reine Zeitverschwendung. Ja, aber Coutons sind auf jeden Fall danach in meiner Suppe gelandet und es war ein bisschen eklig und jetzt bin ich auch schon wieder durch mit Coutons. Du bist durch mit Coutons? Es war ein bisschen zu viel. War einfach Sodbrennenpotenzial. Ja, du hattest auch von diesen Backerbsen erzählt. Und damit bin ich, also mit Coutons, ja geht so, aber ich will diese Backerbsen jetzt kennenlernen. Ich will wissen, wie die schmecken. Man ist hat beschrieben, dass das einfach furchtbar und gesunde, fettige Teigkügelchen sind. Das klingt geil. Glaube ich, glaube ich. Klingt richtig gut für mich. Ja, cool, das klingelt. Gut. Erzähl mir mehr, was ist passiert, wer war es und warum hat er so oft geklingelt? Also, wir haben ein Paket bekommen und dann hat unsere Nachbarin Essen bekommen und irgendwie hat er auch bei uns geklingelt und es war gerade verwirrend. Es fühlt sich so richtig professionell an, wie wir hier so aufnehmen und dann klingelt es und ich muss ein Paket annehmen. Okay, ich habe aber jetzt mir Gedanken darüber gemacht, über was ich heute reden möchte. Und zwar möchte ich heute über schlechte Laune sprechen. Du hast schlechte Laune? Ich habe schlechte Laune. Ja, gut. Lass uns darüber sprechen. Das ist okay. Wir müssen über schlechte Laune sprechen, weil das ist ein wichtiges Thema. Finde ich auch. Finde ich auch. Also, weil... Ich habe häufig schlechte Laune. Ja, das vielleicht auch. Aber vor allem habe ich einen Glaubenssatz als Kind mitbekommen und der lautet, wenn ich schlecht gelaunt bin, bin ich undankbar. Mhm, okay. Ja, ganz interessant. Wir hatten ja mal auch in einer Folge gesagt, dass Dankbarkeit und Wut so ein bisschen nicht miteinander vereinbar ist. Wenn man dankbar ist, kann man nicht gleichzeitig wütend sein. Kannst du dich daran erinnern? Ja, aber ich finde nicht, dass das was miteinander zu tun hat, sondern man kann wütend sein, aber man kann sich durch Dankbarkeit regulieren. So habe ich es verstanden. Man kann sich durch Dankbarkeit regulieren. Aber ich glaube auch, das ist so gemeint, wenn du generell immer dankbar wärst, was niemand von uns ist, dann würde das auch dazu führen, dass man nicht unbedingt wütend wird. Deshalb kann ich das irgendwie schon nachvollziehen. Natürlich ist aber halt dieser Glaubenssatz trotzdem falsch, würde ich sagen. Also er hat vielleicht ein Quäntchen Wahrheit, aber er ist halt toxisch, weil immer wenn man sowas nimmt, also ich würde sagen, okay, Dankbarkeit und Wut ist nicht miteinander zu vereinen und Dankbarkeit ist dadurch ein Mittel, um sich zu regulieren und um Wut zu verhindern. So rum funktioniert das, dass du sagst, Dankbarkeit ist gut, aber andersrum zu sagen, okay, ich bin jetzt wütend oder schlecht gelaunt und ich bin selbst schuld, weil ich nicht dankbar bin, so nee, das ist halt toxisch. Vor allem auch nicht, du bist schlecht gelaunt und das bedeutet, du bist gerade nicht dankbar und wenn du dankbar wärst, dann würde es dir wieder besser gehen, sondern es ist ein, du bist schlecht gelaunt, siehst du denn nicht, was wir alles für dich tun? Ja. Und ich glaube, dass das ein Narrativ ist, was viele, viele Kinder unserer Generation sehr oft gehört haben, weil unsere Eltern ja schon auf eine Art auch die erste Generation war, die erstens die Kinder nicht mehr ganz so heftig behandelt haben wie die Generation davor. Ich meine, die Generation davor war halt Nazi-Generation, so, darüber wollen wir gar nicht sprechen. Und die zweitens im Wohlstand aufgewachsen sind. Also ich weiß, dass mein Vater zum Beispiel, also meine Mutter eh, die ist ja in Portugal aufgewachsen und da hatten kein fließendes Wasser. Also, aber meine Mutter war auch nicht die Person, die, also mein Vater war die Person, die gesagt hat, so, du bist schlecht gelaunt, deshalb bist du undankbar. So meine Mutter, die ist halt so maximal frei aufgewachsen. Ich glaube aber, die Kinder, die in Deutschland aufgewachsen sind, und ich glaube, das ist halt so ein Unterschied auch kulturell bedingt einfach, die sind so ein bisschen gegeißelt aufgewachsen. Also so ein bisschen so Nachkriegsgeneration, ihr seid eh die Arschlöcher, weil ihr habt den Krieg losgetreten, so schämt euch jetzt mal eine Runde. Und dann aber noch dieses autoritäre, Kinder müssen ruhig sein und gedrillt werden, was halt noch so aus der Hitler-Militärzeit kam und so. Und dann aber dieses Jahr, aber ihr habt keinen Krieg, so, also chillt mal. Ihr seid vielleicht kurz vorm Verhungern, aber es ist immer noch kein Krieg, also seid bitte dankbar. Also ich habe so ein bisschen so ein Vibe auf jeden Fall aus der Generation generell. Ich sage jetzt nicht, dass es auf meinen Vater zutrifft, sondern das ist einfach so mein Eindruck. Ja, das schreiben ja auch viele Leute bei dir sicherlich in die Kommentare. Ja, was regst du dich denn auf über irgendwas, was, hey, ist, ja, ihr hungert nicht und so, jetzt müsst ihr dankbar für alles sein und das, ihr habt auf jeden Fall nicht mehr das Recht gegen irgendwelche gesellschaftlichen Missstände euch zu beschweren oder irgendwie zu sagen, dass irgendwas falsch läuft, weil es ist doch alles so wunderbar, seid glücklich. Ja, voll und so, genau, seid glücklich, weil das ist ja das Nächste. Du hast gerade schlechte Laune mit Wut gleichgesetzt, aber warum sage ich eigentlich, ich bin schlecht gelaunt? Weil ich als Kind wahrscheinlich nicht gelernt habe oder weil wir Menschen generell nicht lernen, Emotionen ganz genau zu benennen? Das stimmt. Und warum unterteilen wir überhaupt ihn gut oder schlecht? Also wenn ich jetzt so in mich reingehe, bin ich ehrlich gesagt nicht schlecht gelaunt. Ich bin ein bisschen zurückgezogen, ich bin ein bisschen, ich bin auch ein bisschen traurig, weil ich jetzt hier sitze. Ich weiß, dass ich nicht traurig sein müsste, wenn ich jetzt zum Beispiel im Bett liegen würde mit einem Buch in der Hand, dann wäre ich nicht glücklich, dann wäre ich nicht traurig, dann wäre ich zufrieden, aber zurückgezogen. Ich fühle mich gerade so in mich gekehrt und ich fühle mich, ich habe so ein ganz großes Ruhebedürfnis. Und dadurch, dass ich jetzt aber hier sitze, bin ich auch ein bisschen traurig, weil ich eigentlich nicht hier sein will. Das ist eine gute Voraussetzung für einen Podcast. Eigentlich wirst du schon hier sitzen, aber jetzt genau in diesem Moment wäre dir vielleicht was anderes lieber. Ja, vollverständlich. Aber deshalb ist es ja eigentlich nicht so, dass ich schlecht gelaunt bin. Ja, da hast du aber voll den Punkt. Ja, man sagt ja, man ist schlecht gelaunt, aber schlechte Laune ist halt keine Emotionen. Das ist einfach nur so eine Diagnose, die man sich selbst stellt, weil man halt, weil es so einfach ist, weil man dann nicht genau spüren muss, was man eigentlich fühlt. Die man vor allen Kindern, finde ich, stellt. Also, weil das halt voll oft so war, dass ich einfach wegen irgendwas frustriert war oder genervt oder auch einfach irgendwas anders wollte und dann halt gesagt wurde, ja, du bist halt mal wieder schlecht gelaunt. Aber eigentlich war ich reizüberflutet. Wird ja da so abgetan damit auch. Ja. So, und ich finde das sehr spannend, weil ich halt merke, dass das mich bei den Kindern auch triggert. Und dass ich als Mutter auch irgendwo den Glaubenssatz habe, dass ich dafür verantwortlich bin, dass meine Kinder, aber auch alle Menschen in meinem Umfeld gut gelaunt und glücklich sind. Also, ich habe auch irgendwie so diesen Glaubenssatz, dass ich dich glücklich machen muss als Frau, als deine Ehefrau, für dein Glück sorgen muss. Halt auch, dass du für die Emotionen anderer verantwortlich bist. Ja. Ja, voll. Aber das ist halt auch ein spannender Punkt. Du hast voll recht, wenn man den Kindern sagt, du bist schlecht gelaunt, dann ist das ja halt auch schnell einfach so ein Abtun. Also, weil oft geht da mit einem her, dann zu sagen, du bist schlecht gelaunt und das ist blöd und das gefällt mir nicht, wie du gerade bist, so mäßig. Also, du bist schlecht gelaunt, das ist nicht okay. Und das macht man sich dann als Eltern in dem Moment sehr einfach, indem man einfach sagt, ja, du bist schlecht gelaunt, das ist nicht okay, das sei gut gelaunt, aber da muss man sich halt nicht damit beschäftigen, muss man halt nicht weiter überlegen, was ist mit dem Kind. Es ist vor allem auch ein Vorwurf, oder? Ja, es ist ein Vorwurf und man vermittelt dem Kind einfach, ja, das ist halt gerade einfach nur scheiße, du bist gerade nicht okay. Schlecht. Du bist gerade einfach schlecht, mir ist es halt auch gerade egal, was mit dir los ist, Hauptsache, du bist nett zu mir. Und damit transportiert mich ja gleichzeitig auch, du bist verantwortlich jetzt für meine Emotion, wenn ich sage, du bist schlecht gelaunt und das macht mich jetzt schlecht gelaunt oder so. Ja, voll, oder es nervt mich. Geht ja gleich mit einher. Weil man muss ja, und das ist, glaube ich, was, was ganz viele Eltern nicht verstehen oder halt auch so aufgewachsen sind, mich mit eingeschlossen, sorry, falls es jetzt nicht so klang, man muss ja gar nicht dafür sorgen, dass das Kind gut gelaunt ist, also gut gelaunt bedeutet ja einfach nur glücklich, weil man kann ja gar nicht in jeder Lebenslage glücklich sein, das funktioniert nicht, selbst wenn man alles hat, selbst die reichsten Menschen, Jeffrey Bezos, der ist auch unglücklich, jeder Mensch ist unglücklich, egal ob du dir alles kaufen kannst. Manche sehr, sehr reiche, erfolgreiche Menschen, die alles haben, bringen sich auf einmal um. Ja, ja, genau, weil man halt, also man ist immer auch unglücklich, es ist halt, also für alle, die jetzt einen Videopodcast angucken, das Leben ist halt so auf und ab und auf und ab in Wellen und das ist ganz normal, weil du kannst ja auch gar nicht, glücklich funktioniert ja nicht ohne die Abwesenheit von traurig, weil du würdest ja dann die Differenz gar nicht kennen, also du würdest ja dann gar nicht den Unterschied, du würdest es ja gar nicht ausmachen können, dass du gerade glücklich bist. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Wobei glücklich ja eigentlich keine Emotion ist, sondern fröhlich ist eine Emotion und glücklich ist ein Grundzustand. Ja, oh, jetzt kann ich, jetzt kann ich voll aus, aus, ähm, buddhistischen Wissens schätzen. Ähm, weil ich hab mich ein bisschen mit Buddhismus auseinandergesetzt und dort wird das so definiert, dass Glück, dass die Anwesenheit von angenehmen Gefühlen ist und Gefühle entstehen ja in uns drin, so Gefühle werden ja dadurch ausgelöst, wie wir Sachen bewerten, wie wir Sachen sehen und also, wenn irgendwas passiert, dann transportiert es ja keine Gefühle in uns, also es ist ja nur unsere eigene Sache, was für Gefühle wir entwickeln und dementsprechend kann Glück auch nicht abhängig sein von äußeren Einflüssen. Ja, ist das verständlicher, gibt das Sinn? Nee, das sag ich ja auch immer, also jetzt zum Beispiel voll viele sagen ja so, ja, mein Partner, der muss mich glücklich machen und ich bin immer so, nee, sorry, dein Partner kann dich gar nicht glücklich machen, du machst dich selbst glücklich und dein Partner, der ist so dein, du bist das Eis und dein Partner ist die Sahne und wenn dein Eis verdorben ist, dann bringt dir Sahne auch nichts, aber wenn das Eis geil ist und die Sahne, dann ist es halt beides geil. Das ist gut, ja, eben und so gesehen ist Glück halt einfach nur komplett davon abhängig, wie wir Sachen bewerten, wie wir Sachen aufnehmen, weil Gefühle halt in unserem Gehirn stehen, so in uns und ja. Nee, erzähl weiter, wenn das noch nicht fertig ist. Ich hab nur, weil, also, soll ich jetzt sagen oder nicht? Ich wollte dich nicht unterbrechen. Ja, genau. Gefühle entstehen in uns und weil Glück eben definiert ist oder weil man Glück bezeichnen kann als angenehme Gefühle, ist es halt irrsinnig zu glauben, dass jetzt äußere Umstände für unser Glück verantwortlich sein können. Aber ich finde es in der Hinsicht ehrlich gesagt falsch, weil ich bin der Meinung, man kann glücklich sein und trotzdem in Anführungszeichen unangenehme Gefühle haben, also ich kann glücklich sein und gleichzeitig traurig in dem Moment. Ja, voll. Ich finde halt, ich finde Glück ist das Gegenstück zu, eher zu depressiv. Weißt du, was ich meine? Ja, ich kann das zwar verstehen, ich, also ich hab das in meinem Leben auch so empfunden, dass ich, z.B. in meiner Pubertät eher unglücklich war und das hat sich dann darin geäußert, dass ich wie so ein, also, ich hab das dann so empfunden, als ich dann glücklicher geworden bin, wie so ein Auffangnetz nach unten, ähm, das mich davor bewahrt, so voll abzustürzen, sondern halt so eine gewisse Grundzufriedenheit. Das ist so wie so eine, wie halt das Klima, die Statistik des Wetters ist, so, also es ist vielleicht zu kompliziert, aber halt zu sagen, ähm, wenn ich glücklich bin, dann bewegen sich meine Emotionen und meine, ähm, derzeitigen Zustände um ein besseres Gefühl herum, um ein besseres Gefühl, Grundgefühl herum, als wenn ich unglücklich bin, dann bewegen die sich vielleicht um ein, ja, schlechteres Grundbefinden herum. Gibt das Sinn? Ja, ja, ich, also für mich auf jeden Fall, aber ich frag mich halt, ist es dann so, dass halt glücklich, ist es dann wirklich, ist es dann eine Emotion oder ist es ein Grundtenor und was ist dann die Emotion, wenn man, ist es dann eher fröhlich oder zufrieden oder ähm, so, weil dann, also ich finde, dann ist es ja schon richtig zu sagen, es ist die Aufgabe von Eltern, dass ihre Kinder auf eine Art glücklich sind, also dass man halt guckt, dass die Grundbedürfnisse so weit erfüllt sind, dass die Bedingungen für Glück zumindest dastehen, aber es ist nicht die Aufgabe von Eltern, jede Emotion ihrer Kinder zu beeinflussen, weil das auch gar nicht möglich ist. Und es ist vielmehr die Aufgabe von Eltern halt, die Emotion ihrer Kinder auszuhalten und eben, wenn sie unglücklich sind, auch zu erforschen, was dahinter liegt, aber das halt eben auch dann einfach gemeinsam auszuhalten. Ja, eher so, eher so. Und ich glaub, ich glaub so gesehen halt, wenn man sagt, Glück sind angenehme Gefühle, ich glaub, das ergibt aber dann auch als übergeordnetes Sinn, weil wenn du das so sagst und merkst, okay, ich hab jetzt aber gar nicht so schlimme, meine schlechten Gefühle sind nicht so schlecht, meine guten Gefühle sind ganz gut und häufiger da, dann ist es ja auch wie so eine Baseline. Ist mir grad noch eingefallen. Aber ich glaub schon, ja, also unsere Auf-, das seh ich schon als Aufgabe von uns Eltern an, dass die Kinder glücklich sind, dass wir den Kindern gute Voraussetzungen dafür schaffen, glücklich zu sein. Glücklich sein zu können. Und ich glaub, das sollte auch der einzige Anspruch sein an die Kindererziehung. Ja, aber ich finde halt, okay, aber man darf das halt wirklich nicht aus dem Kontext verlieren, den wir jetzt gerade aufgemacht haben, weil es halt, finde ich, maximal toxisch ist zu sagen und deshalb, finde ich, gehe ich damit grad auch nicht konform, weil du hast gerade schon wieder gesagt, dass glücklich angenehme Gefühle sind und das finde ich halt einfach gar nicht. Also wirklich Minus. Weil ich finde, also wenn ich gefragt werde, bist du glücklich, dann antworte ich eigentlich immer mit Ja, weil ich bin wahnsinnig dankbar für unsere, also ich bin glücklich mit unserem Arbeitsleben, ich bin glücklich mit unserem Wohnort, ich bin glücklich mit unserer Familie, ich bin glücklich mit dir, ich bin glücklich mit meiner Familie, also mit meiner Kernfamilie, ich bin glücklich mit meiner erweiterten Familie, ich bin glücklich mit allen Privilegien, die ich habe. Also ich bin einfach grundzufrieden und glücklich mit dem, was ich habe und ich finde, ich habe genug und wenn ich jetzt sterben würde, würde ich sagen, ich bin glücklich gestorben. Ich habe nichts in meinem Leben, wo ich mir denke, diese eine Sache, die fehlt mir, die brauche ich unbedingt, um glücklich zu sein. So, ich bin glücklich mit mir selbst auch. Vielleicht ist das auch nochmal so ein guter, ein wichtiger Punkt. Und gleichzeitig kann ich aber, so wie heute, einen Tag haben, an dem ich mir denke, ich fühle mich heute traurig. Aber deshalb bin ich trotzdem glücklich. Aber traurig ist ja vielleicht eher ein unangenehmes Gefühl, wobei das wahrscheinlich auch nicht sein muss, weil ich finde es generell schwierig, Gefühle in angenehm und unangenehm zu unterteilen, weil ich finde, Traurigkeit kann auch manchmal sehr befreiend sein. Das einzige Gefühl, was ich wirklich unangenehm finde, ist Stress. Und da frage ich mich, ob das schon wieder, ist das überhaupt ein Gefühl oder ist das eigentlich ein körperlicher Zustand? Ja, ich glaube, ja, das ist auch schwer zu sagen. Weil Stress ist ja wirklich was, was durch Hormone ausgelöst. Ja, wobei alles durch Hormone ausgelöst wird, ne? Auch Fröhlichkeit. Schwer zu sagen. Also erstmal mit dem, was du sagst, ähm, gehe ich auch voll mit, weil halt zu sagen, okay, ähm, ich glaube aber, ja mal so überlegt, diese Unterteilung in angenehme und unangenehme Gefühle ist nicht Unterteilung in gute und schlechte Gefühle. Ähm, also das ist eigentlich nicht bewertend, aber halt natürlich. Ich finde schon, dass es bewertet. Naja, Trauer ist ja in dem Moment erstmal nicht angenehm, aber das heißt ja nicht, dass sie schlecht ist. Aber das ergibt, du guckst so. Ja, ich wollte jetzt einfach zuhören. Achso, ja. Ich hab weggeguckt, ob ich dir besser zuhören kann. Ja, genau. Also, Gefühle können ja, können ja unangenehm sein, aber halt irgendwie wichtig sein und die Berechtigung haben. So, Wut, keiner fühlt sich blöd an, ist dann, aber vielleicht berechtigt in dem Moment Trauer eben auch. Aber ich frage mich halt, fühlt sich Wut blöd an, weil es sich blöd anfühlt oder weil wir gelernt haben, dass es nicht sein darf? Weißt du, was ich meine? Weil Traurigkeit, ich liebe das manchmal, traurig zu sein. Es ist manchmal so befreiend. Es ist befreiend, ja. Und irgendwie ergibt es einfach keinen Sinn, dass es dann ein unangenehmes Gefühl sein muss, weil wenn man den Raum hat, um traurig zu sein, dann ist es einfach ein Gefühl. Hm. Das stimmt allerdings. Und wenn man es dann unter dem Deckmantel der Leistungsgesellschaft betrachtet, ist Traurigkeit halt ein hinderliches Gefühl, um Leistung zu erbringen und Fröhlichkeit vielleicht ein gutes Gefühl, um Leistung zu erbringen. Aber darum geht es ja eigentlich im Leben gar nicht. Ja. Voll. Und ich würde halt auch, ähm, ich sehe das halt auch so, dass man glücklich sein kann, obwohl man sich in dem Moment schlecht fühlt, so. Also, also, du kannst ja an sich glücklich sein, also halt einen guten Grundzustand haben, resilient sein, psychisch stabil und es kann dir gut gehen, aber du kannst ja trotzdem traurig sein über was oder enttäuscht oder frustriert. Ja, das ist halt, würde ich auch sagen. Ja. Und nach dieser Definition vom Glück, finde ich, ist es die Aufgabe der Erziehung, Kindern die beste Voraussetzung zu schaffen, glücklich zu sein, also sich wohl in ihrer Haut zu fühlen, psychisch gesund zu sein, resilient zu sein. Aber dazu gehört eben auch, dass man die Gefühle von den Kindern aushält, die begleitet, ernst nimmt und vor allem auch eben nicht zu sagen, du bist schlecht gelaunt, das darf nicht sein oder ich will, dass du immer fröhlich bist. Oder überhaupt schlecht gelaunt labeln eigentlich. Ja, weil, also, im Endeffekt, wenn man Gefühle bewertet, dann ist das Einzige, was passiert, dass die Kinder anfangen, Gefühle zu unterdrücken und das ist halt eine ganz schlechte Idee, sodass, weil die Gefühle, die brechen sich dann halt ihren Weg raus. Zum Beispiel, wenn ein Kind merkt, ich darf nicht traurig sein, dann kann ich mir sehr vorstellen, bei mir ist das vielleicht auch der Fall, dass sich dann erstmal diese Trauer verdeckt hält, aber dann als Wut zum Vorschein kommt oder als Stress oder als Panik. Das ist bei voll vielen Männern so, dass sich alle Emotionen, die sensibel sind, in Anführungszeichen, am Ende in Wut äußern und bei Frauen ist es häufig so, dass die Wut sich in Angst verlagert bis hin zu Panik, weil Frauen dürfen ja nicht wütend sein. Das fand ich auch witzig, ich hab jetzt irgendwie eine Story wieder aufgenommen gehabt, wo ich halt so ein bisschen emotionaler war. Es ging um Mom-Bashing und ich hab einfach nur so in die Kammer geredet und voll viele, okay, nicht so viele, aber ein paar haben mir halt geschrieben so, du vergreifst dich grad total im Ton und ich denk mir so, ich vergreif mich gar nicht, nirgends, ich darf wütend sein. Ich find das so witzig, dass halt ... Warum spielst du eine Kamera? Das ist ja komplett egal. Ich find das halt witzig, dass Frauen Angst davor haben, Wut zu zeigen und manche halt auch richtig wütend darauf reagieren, wenn andere Frauen wütend sind. Das find ich auch witzig, weil ich bin halt, ich nehm ne Story auf und sag halt was zum Mom-Bashing und manche Frauen sagen dann nicht nur, du vergreifst dich gerade im Ton, sondern sind dann auch so, du bist so überheblich und du bist x, y, z. Ich hab immer so, ah krass, also du reagierst grad wütend darauf, dass ich meine Wut gezeigt habe und beleidigst mich zusätzlich auch noch. Ja, aber das ist ... Die das irgendwie dann gar nicht so checken auch. Aber wenn ich überlege, es gibt halt so viele Männer, gerade auf Social Media, die eigentlich nichts anderes machen, als irgendwie so zu ranten. Und da, also ich meine, es gibt natürlich Leute, die find's scheiße, die dann sagen dann eher, ich find das nicht okay und so. Da gibt's halt viele Boys, die das dann abfeiern, ja, sag voll Real Talk und so, keine Ahnung. Aber da würde, also ich glaube, so der Wortlaut, hey, du vergreifst dich gerade im Ton, den find ich unwahrscheinlich bei Männern. Den kriegen nur Frauen, glaub ich. Du vergreifst dich gerade im Ton, also das ist halt wirklich, es würde einem anderen Wortlaut, würde das auch ein Mann abbekommen, aber nicht genauso. Also das transportiert ja auch, du hast halt höflich und nett zu bleiben. Ja, genau. Das wird ja auch ganz oft gesagt, so, dass Frauen halt ihre feministischen Themen nicht so aggressiv vorbringen sollen. Wobei halt Männer ihre misogynen Themen extrem aggressiv manchmal vorbringen und auch extrem offen, so von wegen, ja, verprügel sie einfach, wenn sie halt nicht tut, was du willst. So, dass einfach eins zu eins da steht, was halt sogar strafrechtlich relevantes Verhalten ist. Die Sporten, die da unterwegs sind, ja. Und das find ich halt schon auch sehr spannend. Ja, aber genau, also das ist natürlich auch ein wichtiges Thema, sodass, das ist halt einfach Kinder, dass man das nicht in gut und schlecht und dass man das vor allem halt auch einfach aushalten muss. Und da find ich's dann aber auch wieder sehr spannend, weil ich find das extrem triggernd. Dadurch, dass ich als Frau so sozialisiert wurde und ich, ich muss sagen, bei mir ist das gar nicht so explizit, es ist nicht so, dass mir explizit gesagt wurde, hör jetzt auf oder so. Also, ähm, ich weiß halt, dass meine Mama mir ganz oft halt gesagt hat, ich darf mich nicht im Ton vergreifen, wenn ich mit, wenn ich was von anderen will. Und ich glaube, im Endeffekt, sie meinte, also, sie hat mich dabei nicht bewertet, sondern sie meinte zu mir halt so, ja, Marlies, wenn du was von deinen Lehrern willst, da musst du denen quasi in den Arsch kriechen, weil sonst machen sie das nicht. Und, ähm, oder wenn du halt was kritisierst oder so, also sie hat mir das quasi einfach nur beigebracht, wie halt unsere Gesellschaft funktioniert. Und gleichzeitig hat sie das ja aber auch so vorgelebt, ähm, dass halt Wut einfach nicht existieren darf oder nicht nur sie, sondern auch gesamtgesellschaftlich. Also, die meisten Mädchen lernen ja als erste Bezugsperson von ihrer Mutter, wie man sich als Frau zu verhalten hat und dann in zweiter Linie von anderen Frauen und aus Büchern, aus Serien, aus Filmen mittlerweile halt heutzutage. Und das ist bei Männern ja genauso. Also, Männer lernen ja von ihren Vätern in erster Linie und die Väter zeigen halt keine Traurigkeit, die weinen halt nicht, die sind reserviert und die sind halt, wenn dann, wütend, so. Mhm. Ja. Ja, klar. Und das beeinflusst natürlich enorm die Gefühlswelt dazu, was du gesagt hast zu deiner Mutter. Also, das ergibt halt insofern auch Sinn, dass, ich hab das jetzt gerade auch in meinem Hörbuch gehört, dass es halt so ist, wenn man eine Meinungsverschiedenheit hat, einen Streitpunkt und dann halt quasi angreift, richtig streitet, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass man zusammenführt und eine Lösung, also zusammenkommt und eine Lösung findet. Aber wenn man halt diplomatisch vorgeht, ohne persönliche Angriffe, dann eröffnet das erst die Möglichkeit, dass deine Person gegenüber wirklich drüber nachdenkt und vielleicht auch die Ansichten ändert, weil es halt, also, ich glaub, das war so begründet, dass halt ansonsten quasi das Verteidigungssystem, also Amygdala und so, halt Stress einfach freigesetzt wird und man halt sofort in den Kampfmodus kommt und der Kampfmodus schließt halt so ein bisschen so dieses Dazulernen und die andere sich übernehmen aus, ja. Hat das ein Mann geschrieben, das Buch? Ja. Ich hab ja die Theorie, dass alle Männer narzisstische Persönlichkeitsanteile entwickeln im Laufe ihres Lebens, weil sie eben Emotionen von sich abspalten müssen und bestimmte Persönlichkeitsanteile unterdrücken müssen. Und deshalb finde ich es voll sinnvoll, dass Männer sagen, bitte kritisier mich auf gar keinen Fall, sondern sei nett zu mir, weil ansonsten wird nämlich mein Selbstwert angegriffen. Und wenn man narzisstische Persönlichkeitsanteile hat, dann kann man natürlich nicht damit umgehen, wenn das Selbstwert angegriffen wird. Und ich frag mich das halt gerade, weil ich finde halt Wut nicht unbedingt schlecht und angreifend. Man kann wütend sein, ohne eine Person anzugreifen, aber wenn man kritisiert und wenn man halt auch Charaktereigenschaften kritisiert, dann ist es nun mal einfach so, dass es auch im ersten Moment angreifend sein kann. Also zum Beispiel, ich weiß nicht, wenn, ähm, mir fällt gerade kein gutes Beispiel ein. Doch, also ich hatte letztens einen Streit mit meiner Schwester und ich finde, das ist ein sehr gutes Beispiel mit meiner Schwester und ich. Wir streiten wirklich krass konstruktiv irgendwie. Und, ähm, sie hat halt gesagt, XYZ hat mich verletzt und sie war halt auch echt wütend. Und im ersten Moment war das für mich so voll so, okay. Und dann, ähm, war ich halt auch sauer. Aber ich hab halt dann drüber nachgedacht und war dann so, ja, okay, ich verstehe das. Und war halt dann auch so, okay, ich verstehe das. Und ich finde irgendwie, dass man Streiten halt auch einfach dann, oder halt so diese Wut von anderen halt, also ich glaube, das ist halt so krass komplex, weil wir haben halt als Kind gelernt, wir sind für die Emotionen von den anderen verantwortlich und X-Substanz-Z-Emotionen dürfen wir nicht fühlen. Und, ähm, wenn man dann halt jemand anderen anmeckert, weil man gerade wütend ist und dann die Person wütend reagiert, lernt man ja auch so, okay, ich darf halt nicht wütend sein. Und, ähm, wenn dann wiederum jemand zu einem selber wütend ist, dann ist man ja wieder so, ja, die Person greift mich gerade an. Aber wenn jetzt zum Beispiel mein Kind wütend ist, dann bin ich halt nicht so, dass mein Kind greift mich gerade an, sondern ich bin nur so, ach ja, du bist gerade wütend, okay, let's talk about it. Und eigentlich ist das eine angemessene Reaktion auch bei Erwachsenen. Ja, genau. Und deshalb finde ich das falsch, sorry, ich hab jetzt einen riesigen Bogen gemacht, was in deinem Buch steht, weil das ist einfach nur Nährboden für narzisstische Menschen. Du kannst dir dann nämlich so einen Arschkriecher-Kritikpunkt, den kannst du einfach ignorieren. Du kannst einfach sagen, ja, aber warum soll ich denn jetzt was ändern, weil die Person hat das so nett verpackt, so schlimm scheint es ja nicht zu sein. Und ich finde aber, wenn halt jemand, also ich weiß ja nicht, was für eine Situation das jetzt ist, aber wenn man halt eine krasse Grenzüberschreitung hat, da finde ich es sehr angemessen, wenn dann auch mit Wut reagiert wird. Da war letztens in meiner Story, meinte ich so, hey, meine Kinder, die sind massiv über meine Grenze gegangen, die haben irgendwie mit Schwertern neben unserer Tontechnik gespielt. Und ich war erst so, ich will, dass ihr rausgeht, dann war ich so, kommt, geht jetzt raus. Und dann war ich irgendwann so, ich will jetzt, dass ihr rausgeht, ich bin jetzt wütend, ich hab's jetzt oft genug gesagt, so. Und dann hat mir eine geschrieben, ich finde das richtig scheiße, dass du so reagiert hast, das ist nicht in Ordnung, dass du deine Wut an deinen Kindern rauslässt. Und ich war so, ich hab meine Wut nicht an meinen Kindern rausgelassen, ich war einfach nur wütend. Da meinte sie, ja, wie würdest du denn reagieren, wenn, wie fändest du das denn, wenn dein Mann so zu dir wäre? Da war ich so, ja, gut, weil wenn ich so massiv über die Grenze meines Mannes gegangen wäre, also er mir dreimal sagt, ich soll damit aufhören und ich immer noch weitermache, dann finde ich, ist das eine sehr angemessene Reaktion, darauf mit Wut zu reagieren. Und dann weiß ich halt wirklich, oh, rotes Signal, ich muss hier wirklich, das ist eine Grenze, ich muss hier weg, so. Und ich glaube, wir haben das verlernt. Ja, ich glaube, das ist halt tatsächlich auch, ja, was wir halt verlernt haben, also erstmal, ich glaube auch, dass Wut zum Grenzenaufzeigen sozial einfach sehr wichtig ist und schon immer war. So, weil wie soll ein anderer Mensch merken, okay, jetzt habe ich hier wirklich eine Grenze überschritten und dann die Leute vielleicht auch wütend reagieren. Was man halt einfach aber lernen muss, dann diese Emotionen nicht komplett aufzunehmen und zu spiegeln, weil, also ich übertrete deine Grenzen massiv, du bist wütend. Und du greifst mich dann darauf an oder du bist wütend zu mir und in dem Moment wird es dann aber unkonstruktiv, wenn ich dann einfach nur wütend und wenn man halt so wütend gestresst ist, dann kann man einfach nicht mehr richtig denken, so. Dann würde ich wahrscheinlich irgendwas Verletzendes zurückschießen und dann schaukelt sich das hoch vielleicht. Also, weil ich irgendwas Bescheutes, Unbedachtes sage, weil ich einfach gestresst bin und deshalb ist es so, so diese Premiere Wut, die auf eine Grenzüberschreitung folgt, die ist sehr wichtig. Aber ich glaube, dann in dem Moment wäre es halt gut, das einfach erst mal als Person, die die Wut abbekommt, das erst mal aufzunehmen, zuzuhören, sacken zu lassen und drüber nachzudenken, bevor man dann halt in einem Automatismus so der Herr schießt. Aber das ist ja, das ist ja auch was, Stefanie Stahl zum Beispiel schreibt, so, das ist gar nicht der Erwachsene Anteil, der dann antwortet, sondern der kindliche Anteil, der halt einfach eben, und wir sind halt, also ich glaube, Das emotionale Gehirn am Ende, ja. Ich glaube, unsere Generation und vor allem auch die Generation davor, wir sind einfach emotional unterentwickelt, wir sind emotional unintelligent. Also ich merke halt, dass ich seitdem ich die Kinder habe und mich so krass mit Gefühlen und Emotionen auseinandersetze, dass ich emotional fast auf demselben Stand bin wie meine Kinder und also, und das ist ja eigentlich nicht richtig. Und ich merke halt, dass meine Kinder und ich jetzt aber auch halt jetzt lernen, mit Emotionen umzugehen und vielleicht passiert das bei mir ein bisschen schneller, weil mein Gehirn schon vollständig entwickelt ist und ich da wirklich sehr viel Zeit und Arbeit rein investiere, meine Kinder damit beschäftigt sind, laufen zu lernen und zu essen und keine Ahnung was und das eigentlich so nebenbei passiert. Aber ich glaube, das Problem ist doch eigentlich, dass wir, wenn wir Emotionen fühlen, die wir als Kinder nicht vollständig integrieren konnten, einfach in unsere kindlichen Anteile rutschen. Ja, also das ergibt schon Sinn, das glaube ich tatsächlich auch. Also ich habe so richtig gemerkt, irgendwann mit den Kindern, okay, meine Emotionswahrnehmung ist derbe grob, das ist halt wirklich so, ich habe mal gesagt, so meine Emotions, mein Emotionsempfinden ist so im Kindergarten stecken geblieben, weil halt nicht viel mehr als wütend, traurig, Angst und fröhlich irgendwie da war und ich konnte gar keine Nuancen spüren oder gar nicht merken, okay, eigentlich steckt dahinter jetzt Angst, eigentlich steckt dahinter jetzt Trauer, das ist alles so richtig. Und was mir halt auch, du möchtest was sagen? Nein, ich möchte deine Hand halten. Achso. Ich weiß nicht warum, aber ich will das dann einfach. Und was ich aber auch extrem gemerkt habe, wenn unsere Kinder Wutausbrüche hatten, vor allem beim ersten Kind, dann hat es mich wütend gemacht. Und ich war gleich auch so, hey, das ist jetzt scheiße, du musst jetzt, also ich war halt so auf dem, im Kopf so auf den gleichen Trip und ich weiß halt, dass es einfach nur ein Muster ist, was ich als Kind gelernt habe, dieses, du darfst jetzt nicht wütend sein, das hat jetzt keine Berechtigung. Und es ist halt so, es ist so absurd. Ein Kind hat einen Wutausbruch. Und warum denken wir, es könnte eine angemessene Reaktion sein, wütend zu sein? Nein, eine angemessene Reaktion ist einfach, dem Kind zu helfen. Warum fühle ich mich wütend, wenn mein Kind einen Wutausbruch hat? Weil du gelernt hast, dass du für die Emotionen von den anderen verantwortlich bist. Und wenn dein Kind wütend wird, obwohl du alles für dein Kind tust, dann wirst du auch wütend, weil du dir denkst, wie undankbar. Und da sind wir wieder bei dem. Einen riesen Bogen geschlagen. Ja, aber es ist so, glaube ich wirklich. Und wir haben ja auch gelernt, dass wir für die Emotionen von anderen verantwortlich sind, obwohl das gar nicht stimmt. Und das ist ein wichtiger Punkt und den verstehen viele nicht. Ich kann was sagen. Okay, ich muss es definieren. Also es gibt generelle Grenzüberschreitungen und es gibt individuelle Grenzüberschreitungen. Wenn ich zu einer schwarzen Person das N-Wort sage, ist das eine generelle Grenzüberschreitung. Das ist etwas, was 99 Prozent der Community oder auch generell der Gesellschaft, leider nicht nur 90 Prozent, 99, 100 minus 30, 70 Prozent der Gesellschaft als beleidigend und rassistisch empfinden würden. Das ist eine generelle Grenzüberschreitung. Bei manchen Dingen müssen wir unseren Kindern beibringen, wenn du das sagst, wirst du andere damit beleidigen. Die werden darauf mit negativen oder mit Emotionen reagieren, die jetzt nicht gerade fröhlich sind. Und dann gibt es aber noch individuelle Grenzüberschreitungen. Und die sind individuell. Wow. Ich hätte das gedacht. Wenn mein Kind mir ins Ohr schreit, dann kann ich im einen Moment, ist mir das egal und ich schreie zurück und wir lachen danach zusammen. Im anderen Moment bin ich reizüberflutet und das bringt mich komplett auf die Palme. Und wenn ich sage, ich will das nicht und mein Kind hört nicht auf, dann ist das eine absolute Grenzüberschreitung. Aber mein Kind kann ja nicht wissen, in welchem Zustand ich gerade bin. Und deshalb ist es nicht verantwortlich dafür, welche Emotionen es in mir auslöst. Es weiß nicht, ob ich darauf mit Spielspaß reagiere oder ob ich darauf mit Wut reagiere. Und deshalb kann man für die Emotionen des Gegenübers nicht verantwortlich sein. Auch, wenn ich das N-Wort sage, was eine generelle Grenzüberschreitung ist, wo ich davon ausgehen muss, dass die Person mit Wut oder mit Traurigkeit oder mit was auch immer reagiert, vielleicht auch mit Angst, sehr wahrscheinlich, kann es aber auch sein, dass die Person mit Belustigung reagiert. Weil man weiß es nie. Und deshalb kannst du nicht für die Emotionen von deinem Gegenüber verantwortlich sein. Sobald dir die Person aber sagt, dieses Verhalten verletzt mich, bist du voll verantwortlich. Das will ich gar nicht anders sagen. Also nur dein Kind kann jetzt einfach nicht wissen, also es kann einfach nicht wissen, wie du reagierst. Und auch, das ist noch dazu gesagt, natürlich, wenn ich meinem Kind sage, ich will generell nicht, dass du mir ins Ohr schreist, weil ich halt sehr sensibel bin, dann ist es trotzdem noch ein Kind, also das dürfen wir jetzt nicht ausklammern, was halt bestimmte Dinge vielleicht weiß, aber es dann nicht umsetzen kann, wegen mangelnder Impulskontrolle. Aber wenn ich jetzt von Erwachsenen spreche, wenn ich dir einmal sage, du sollst nicht in mein Ohr schreien und du es dann trotzdem machst, dann machst du es bewusst, dann ist es scheiße. Aber wenn du es halt nicht weißt, dann kannst du auch nicht wissen, welche Emotionen es in mir auslöst. Ja, voll. Und ich sehe das so, ich meine, diese Folge ist jetzt vielleicht weniger voll mit Hard Facts, aber so wie ich das sehe, sind wir dafür verantwortlich, respektvoll mit anderen Menschen umzugehen, deren Grenzen zu wahren, so gut wir es können. Das ist unsere Verantwortung. Und gleichzeitig ist es für uns selbst halt sinnvoll zu sagen, ja, die Person gegenüber ist jetzt nicht für meine Emotionen verantwortlich, so, weil... Ja, aber trotzdem darf ich ja noch mit Wut reden, also trotzdem... Ja, ja, genau, das kam mir gerade auch in den Sinn. Also es ist jetzt mal hilfreich zu sagen, okay, ich bin jetzt irgendwie selbst für meine Emotionen verantwortlich, einfach, weil man dann selbst die Verantwortung bei der eigenen Regulation sieht, das ist schon mal hilfreich. Und gleichzeitig kann man natürlich oder muss man natürlich angemessen reagieren auf Grenzüberschreitungen, so. Aber du kannst dir zum Beispiel auch sagen, wenn irgendeine Person scheiße zu dir ist, kannst du dir halt einmal denken, ja, so einen Arsch, den mache ich jetzt platt, so, den mache ich jetzt fertig, den gebe ich jetzt richtig. Oder du kannst dir halt denken, boah, so ein armes Würstchen irgendwie, der hat echt Probleme, dass der mich jetzt so aggressiv anhubt im Straßenverkehr, aber das ist nicht mein Problem. Das Ding ist halt, wir können halt andere Menschen leider nicht beeinflussen. Natürlich in einer Beziehung kann man gegenseitig Einfluss nehmen. Und das ist ja total wichtig zu sagen, hier ist meine Grenze, das sind Grenzüberschreitungen, Grenzüberschreitungen, ich wünsche mir das und das. Und dann hat man auch gegenseitig schon eine hohe Verantwortung. Ja, aber man kann trotzdem nicht Einfluss auf andere Menschen nehmen und was man halt wirklich anpassen kann, ist so die eigene Bewertung und Wahrnehmung. Ja, aber gleichzeitig, ja, ich finde es halt aber auch, also wenn du halt dann, du hast eine Grenzüberschreitung gemacht, die andere Person wirkt, wirkt wütend, reagiert mit Wut, dann musst du nicht auch mit Wut reagieren, weil du bist ja in erster Linie nicht für die Emotionen verantwortlich. Du kannst eigentlich mit, solltest mit Neugierde darauf reagieren und so sein, ah, okay, das hat jetzt Wut in dir ausgelöst, erzähl mir warum. Ich glaube aber, dass viele Menschen schon ganz genau wissen, vielleicht auch nur unterbewusst, aber ich glaube, viele wissen schon, dass sie gerade eine Grenze überschritten haben und deshalb reagieren sie mit Wut, weil sie so ein bisschen so sind, so, shit, jetzt muss ich mich doch damit auseinandersetzen. Das Problem, was wirklich noch dazu kommt und das ist halt auch einfach ein gesellschaftliches Ding, ist, dass wir einfach, unser Selbstwert ist vielleicht bei den meisten Menschen einfach zu niedrig und das ist halt so, jede Kritik oder jede wütende Kritik, das ist halt auch wieder so ein bisschen der Bogen zu dem, was du gesagt hast zum Buch, so natürlich, weil du ja meintest, das hat ein Mann geschrieben und dann ist halt klar, es müsste einen nicht gleich triggern und wütend machen und in Angriffsmodus versetzen, wenn jemand zu einem wütend ist, sondern man könnte das ja auch einfach hinnehmen können. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel einen niedrigen Selbstwert habe und so eine Kritik, die wütend hervorgebracht wird, eine existenzielle Bedrohung für mein Wohlbefinden darstellt, für meinen eigenen Selbstwert, für mein Selbstbild, das ich aufrechterhalte von mir als guten Menschen oder so, was ich halt brauche, um mich wohlzufühlen, wenn das dann angekratzt wird, dann triggert das Leute und dann greifen die Leute halt auch an. Und das ist halt einfach so ein gesellschaftliches Problem, glaube ich. Ja, aber okay, ich muss sagen, ich habe in dieser Beschreibung von der Szene und diesem, bitte reagier nicht mit Wut, auch immer Mann und Frau im Kopf. Frau reagiert mit Wut auf Mann. Und ich habe auch das Gefühl, dass der Autor diese Situation im Kopf hat, weil drehen wir das mal um. Nee, das war ein ganz anderes Beispiel, aber egal. Egal, drehen wir das mal um. Chef reagiert mit Wut auf Versagen des Angestellten, weil der irgendeinen Fehler gemacht hat. Und Chef ist richtig, richtig wütend. Und als was würdest du das interpretieren? Der Angestellte, der würde auf jeden Fall auf diese Wut nicht auch mit Wut reagieren, sondern mit Demut. Und die Chefetage würde den Chef wahrscheinlich dafür feiern, dass er mit Wut reagiert hat und sagen, er hat gute Führungsqualitäten, weil er den Mitarbeitern sagt, was Sache ist. Also gehen wir davon aus, der Mitarbeiter hat auch wirklich einen schweren Fehler gemacht, aber nicht schwer genug, um gefeuert zu werden. Ja, genau. Also der Mitarbeiter würde ja dann wissen, okay, ich habe einen Fehler gemacht und weiß, okay, es ist mein Fehler und würde die Wut halt als berechtigt empfinden. Aber ist das nicht immer so? Also wenn du jemand anderen wütend machst, hast du einen Fehler gemacht. Es ist im Prinzip egal, was der Fehler ist, du solltest darauf mit Neugier reagieren, wenn dir die Person wichtig ist. Du solltest vor allem zuhören. Genau, und das ist aber halt genau das. Ich glaube halt, gerade in Beziehungen, was war das Beispiel in dem Buch? Das würde mich interessieren. Oh, das war mit so AfD-Leuten tatsächlich, Journalisten und AfD-Leuten, dass irgendein AfD-Typ zu irgendeinem Journalisten bei so einer Demo hingeht und meint, ihr seid doch alle gekauft und Marionetten. Und der Journalist hat dann im Prinzip nicht so gegenbeleidigt, sondern hat dann so gefragt, ja, aber wer soll uns denn kontrollieren und so? Und hat halt so darauf reagiert und dann ist es halt irgendwie konstruktiv geworden, statt dass sie sich anpöbeln. Ja, aber das ist ja auch logisch, weil, ähm, also, ja, das ist ein gutes Beispiel, aber warum sollte der Journalist auch wütend darauf reagieren? Also halt so, das ist ja gar kein persönlicher Angriff. Ja, doch, das ist ja schon ein Angriff auf die persönliche Integrität, wenn ich jetzt sage, ich bin ein Journalist und lege Wert irgendwie darauf, dass ich halt irgendwie gewissenhaft Bericht erstatte. Hier ist das Machtgefälle, in der Hinsicht. Also, wenn jetzt jemand zu mir kommt und mich wütend anschreit und sagt, ich sei Bill Gates' Marionette oder so, dann reagiere ich auch mit Neugier, weil ich es einfach lächerlich finde. Ja, weil das halt nicht wirklich an dem eigenen Selbstwert kratzt, weil es nicht an den Kern rankommt, weil es nicht so wirklich, und das ist halt auch das Problem, glaube ich, in Beziehungen, wenn da wütend reagiert wird, und das geht dann sehr an den persönlichen Kern und an die, was man persönlich macht. Aber auch nicht unbedingt, oder? Nee, es muss nicht ein Angriff auf die Persönlichkeit sein, aber es ist halt was, was im Kern von einem dann kritisiert wird. Das ist halt nicht so, in der Beziehung geht man ja nicht hin, ja, du bist jetzt irgendein Journalist, den ich nicht kenne und ich unterstelle dir was. Ja, aber ich glaube, dass es halt auch der Ursprung ist, dass Zwischenmenschlichkeit halt anders bewertet wird als beruflicher Kontext. Also, weil wir eben als Kinder bestimmte Dinge innerhalb der Familie gelernt haben, wie man zum Beispiel mit Wut umzugehen hat und wie man, weil ich glaube halt, in der Freundschaft würdest du genauso defensiv reagieren. Wie viele Freundschaften halten einen Streit nicht aus? Also, gibt es überhaupt Freundschaften, die, also, es gibt, glaube ich, sehr selten Freundschaften, die mit Streit existieren, wo halt wirklich auch konstruktive Streits geführt werden und wo man sich am Ende verträgt und wo man weiß, die Freundschaft, die überdauert das. Weil wir gelernt haben, zwischenmenschliche Beziehung muss ohne Streit funktionieren und Streit ist immer schlecht. Dabei ist es ja nicht so. Ja, ja, voll. Und also, gerade, gerade in der, also jetzt Beziehungskontext, ich finde, da eignet sich halt sehr gut, weil, also, wo streitet man denn wirklich jetzt so richtig um persönliche Sachen? Du schreitest ja nicht, also, wenn du halt außerhalb der eigenen Verwendung streitest, dann streitest du halt über gewisse Sachen, so, der hat mir die Vorfahrt genommen oder, keine Ahnung. Und da kommt es aber auch oft kindisch, im Straßenverkehr. Aber das hängt auch schon wieder mit diesem Bild zusammen, dass halt Leute denken, ja, wenn ich gut fahre, dann, das ist halt auch schon wieder so ein Selbstwertding, glaube ich. Aber das ist halt in den eigenen vier Wänden der einzige wirkliche Ort, in dem so richtig um persönliche Dinge gestritten wird, eben, so, und alles andere, das kann man so ein bisschen vor sich wegweisen, so. Ähm, und ich finde, also, so eine Beziehung kommt halt einfach nicht ohne Streitigkeiten aus, denke ich, warum, wenn es keinen Streit gibt, dann ist das für mich dann ein Zeichen von Stillstand und Resignation. Oder? Weil für mich sind halt immer so, gerade so Phasen, in denen es dann zwischen uns Reibereien gibt und in denen wir viel streiten, das empfinde ich so als Wachstumsschmerzen. Weil das sind dann immer Phasen, in denen sich jemand weiterentwickelt hat und dann halt eine andere Perspektive einnimmt und der einen Person vielleicht irgendwas bewusst wird, aber auf jeden Fall sich weiterentwickelt hat. Und dann fordert die Person halt auch ein, dass sich die andere Person auch weiterentwickelt, damit das halt noch weiter existieren kann irgendwie. Ja, wobei, ähm... Aber es kommt drauf an, wie konstruktiv die Streits sind, weil ich glaube, es gibt auch viele Beziehungen, in denen einfach, ähm, aufeinander eingedroschen wird. Aber das ist wahrscheinlich, äh, der Fall, wenn man sich nicht mehr zuhört. Beziehung ohne Streit funktioniert meiner Meinung nach nur, wenn, ähm, wenn ein Machtgefälle besteht. Also, wenn eine Person einfach kontinuierlich Angst hat, ähm... Ja, klar, das verhindert schon Streit. Zum Beispiel halt früher, also hier so 1920 geborene Menschen, Frauen, die haben sich nicht mit ihren Ehemännern gestritten. Haben die nicht, die haben sich das gar nicht getraut. Hat der Mann gesagt, nun ist aber, nun ist aber gut. Und auch heute noch, ähm, ist es ja so, dass, also jeden dritten Tag stirbt in Deutschland eine Frau, weil sie, also, passiert ein Femizid, stirbt in Deutschland, in Deutschland, in Deutschland. Eine Frau stirbt durch die Hand ihres Mannes oder Ex-Mannes oder Freundes oder Ex-Freundes. Mhm. Und, ähm, das sind meistens Themen wie Trennung oder, dass die Frau eben was gesagt hat. So, also... Trauenvoll. Es ist halt, es ist cool, dass mittlerweile gestritten werden kann und dass Frauen auch wütend werden dürfen. Das ist eigentlich eine Errungenschaft. Ähm, wenn in einer Beziehung gar nicht gestritten wird, dann ist es entweder so, dass beide halt, also ich will es gar nicht sagen, ich meine, man kann sich ja auch krass ähnlich sein. Vor den Kindern haben wir uns auch fast nicht gestritten, weil wir uns einfach krass ähnlich sind. Wir haben dieselben Werte, wir, wir hatten dieselben Interessen, wir, ähm, also krass ähnlich im Sinne von, nicht, dass wir gleich sind, sondern im Sinne von, wir haben eben die gleichen Werte. Wir, es gibt wenig Reibereien, wenn, wenn ihr über grundsätzliche Dinge nicht diskutieren müsst und wenn halt auch bestimmte Interessen klar abgesteckt sind, so. Also, dir war klar, dir ist es egal, ähm, ich weiß nicht, wie der Kinderwagen aussieht, hauptsache er ist praktisch so und, also, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Aber mittlerweile streiten wir halt über Dinge, die mit, ähm, unseren Elternrollen halt zusammenhängen. Und da kommt ja wieder die Sozialisierung mit rein und eben dieser Wachstum, weil wir eben das, was unsere Eltern gemacht haben, nicht übernehmen können und wollen, weil das für unsere Lebensrealität nicht passt. Weil wir eben nicht mehr 19 und 20 haben und wir ja eben wollen, dass wir gleich würdig und gleichberechtigt in dieser Ehe stehen und in dieser Elternschaft. Und das ist ja dann eben dieser Wachstum, wir müssen neue Wege gehen, die eben noch nicht gegangen wurden für uns. Ja, ja, und halt viel, viel Wegfindung passiert eben halt über Streitigkeiten. Das müsste vielleicht nicht unbedingt so sein, also, es müsste vielleicht nicht unbedingt so sein, wenn man sich permanent ganz aufmerksam zuhört und alles 100 Prozent ernst nimmt und immer, immer halt einfach richtig zuhört. So, dann... Glaube ich nicht, weil ich glaube, ähm, das ist es gar nicht, weil das ist ja dann schon wieder unterdrücken, wenn du immer das machst, was der andere sagt. Das ist ja ein Aushandeln. Ich glaube, das Problem ist... Ja, ja, nicht machen, was der sagt, sondern einfach nur wirklich zuhören und verstehen, was meint die Person gegenüber. Ja, aber dann muss man es ja trotzdem aushandeln. Das ist ja genauso, also ich würde ja schon auch sagen, dass wir mit den Kindern zum Beispiel streiten, weil wir halt bestimmte Dinge aushandeln, mit den Kindern nennen wir es vielleicht Kompromiss finden oder sowas. Das kann ja auch mal jetziger sein, der Unterschied zwischen, wie Erwachsene miteinander streiten heutzutage und wie wir mittlerweile mit unseren Kindern streiten, ist, dass wir die Gefühle von unseren Kindern versuchen, nicht auf uns zu beziehen. Und das gelingt mir halt, also mir persönlich gelingt es mit anderen Erwachsenen nicht so gut, weil ich das halt gar nicht gelernt habe mit meinen Kindern, lerne ich das ja gerade von Anfang an neu. Da finde ich es leichter. Ja, so. Und ich glaube aber, wenn man halt immer seine eigenen Emotionen von denen der anderen trennen würde und immer sagen würde, ich gehe da mit Neugier rein in deine Emotionen oder mit... Ja. Ja, doch eigentlich... Ja, also die Frage, die man sich halt stellen muss, ist nicht, ja, wie kann ich jetzt die Oberhand gewinnen? Weil oft sind halt so Streits auch einfach Machtkämpfe mit, ich bin jetzt mehr wert, ich bin besser, so in unserer, also gerade so Streitigkeiten außerhalb der vier Wände sind halt so zwei Personen treffen aufeinander und wollen jetzt zeigen, ich stehe über dir, so. Ja. Ja, und das ist halt, das ist natürlich total scheiße, so, das mag auch, also, wenn man das Gefühl hat, dass Leute irgendwas machen, nur um über einen stehen zu wollen, um auf einen herabblicken zu wollen, dann wird man sehr wütend. Ja. So, ähm... Außer man ist halt auch da wieder neugierig, warum denkst du eigentlich, dass das... Genau, ja, jetzt ist mir wieder eingefallen, was ich sagen, was ich sagen wollte. Ähm, also, die sinnvollste Art, irgendwie sowas anzunehmen, ist sich zu fragen, was ist denn nur los mit der Person mir gegenüber, so, was ist gerade bei der anderen Person los? Und das halt zu denken, ja, irgendjemand, ähm, ich hab immer so Beispiel Straßenverkehr im Kopf, so, jemand hupt mich total wild an, weil ich, ähm, nach einer halben Sekunde grün noch nicht losgefahren bin. Ja, kann ich jetzt einerseits so als Machtkampf sehen, so, ja, jetzt muss ich denen jetzt aber einen Vogel zeigen, weil ich muss jetzt die Oberhand gewinnen, das letzte Wort haben, in Anführungszeichen, oder ich frag mich, was ist denn los mit dem? Aha, hm, die Person scheint irgendwie ganz schön gestresst zu sein, tut mir irgendwie leid für die. Ja, sie sollte nur dann besser nicht Auto fahren. Naja. Ja. Ähm, aber... Es ist halt eine sehr konstruktive Art, irgendwie die Emotionen von einer Menschen, Emotionen von einer Menschen aufzunehmen und zu begegnen, so. Okay, aber so sind wir jetzt normal nicht aufgewachsen. Ja. Ich denke, unsere Kinder, die werden es können. Ich glaub, das ist wirklich, die sind ja auch jetzt schon miteinander so, ich find's manchmal so krass. Ja. Das eine Kind wütend, das andere so, ah, du bist wütend, hm, was können wir für dich tun? Und ich denk mal so, Junge, du bist so krass einfach. Egal, ähm, wir sind nicht so und ich bin gar nicht so. So, ich bin so sensibel, was Emotionen von anderen erwachsenen Personen angeht. Die machen mir Angst, die machen mir Panik, die filter ich, die nehm ich komplett an. Ähm, was kann man dagegen machen? Also, wie, wie, also, und dann frage ich mich auch manchmal, ist das nur mein Anteil oder ist es auch der Anteil der anderen Personen? Weil ich glaube, dass wir sowohl gelernt haben, für die Emotionen von anderen verantwortlich zu sein, als auch gelernt haben, dass andere für unsere Emotionen verantwortlich sind. Und wir, und wir haben gelernt, dass wir in der Leistungsgesellschaft sind und immer irgendwie besser und über anderen stehen wollen. Das spielt sehr viel mit rein, einfach. Ja, aber auch vielleicht jetzt um Leistungsgesellschaft. Vielleicht nicht bei dir, aber bei anderen. Auch so dieses schlecht und gut, also schlechte Laune, gute Laune, dass man das dann auch so kategorisiert und sich selbst vielleicht auch minderwertiger fühlt, wenn man schlecht gelaunt ist. Wenn man schlecht gelaunt ist, wenn man schlecht gelaunt ist, man weniger produktiv. Und ich finde das auch witzig, weil ich habe ja vorher am Anfang gesagt, ich bin schlecht gelaunt, dann bin ich tiefer in die Emotionen gegangen und war so, ich bin eigentlich nicht schlecht gelaunt. Ich will gerade einfach nur irgendwie voll gerne alleine sein und lesen. Das heißt nicht, dass ich schlecht gelaunt bin, das ist einfach nur, ich bin gerade ruhebedürftig. So, hä, aber das bin ich schlecht gelaunt. Ich finde es auch irgendwie absurd zu sagen, ja, ich bin traurig, ich bin schlecht gelaunt. Das sind irgendwie zwei verschiedene Dinge. Und wenn man schlecht gelaunt jetzt mal so abspaltet von, ich bin traurig, ich bin schlecht gelaunt. Nee, irgendwie nicht, oder? Passt nicht zusammen. Ich bin enttäuscht, ich bin schlecht gelaunt. Nicht so richtig. Ich bin wütend, ich bin schlecht gelaunt. Irgendwie, das passt für mich. So ein bisschen eher. Ja, aber wütend ist man ja auch nicht lange. Also, ich finde, wütend ist man ja eigentlich immer nur kurz. Wütend ist ja gar nicht so eine, ich finde, man kann eigentlich Emotionen sehr gut von so, ich weiß nicht, ob man Emotionen und Gefühle noch mal ineinander unterscheidet, aber so. Kommt drauf an, glaube ich, aus dem Modell oder so. Also, ich glaube, Gefühle sind vielleicht, weiß ich nicht. Also, ich hatte mal gelesen, Emotionen. Wut oder fröhlich oder so, das ist ja nicht so, was so vor sich hin plätschert. Auch traurig ist eigentlich immer eine Emotion, die halt intensiv ist und dann ist sie eigentlich auch wieder weg. Und normalerweise ist es dann ja einfach so, wahrscheinlich eher so ein Bedürfnis, was man gerade hat oder was man nicht hat. Ob man dann glücklich ist oder, weißt du, was ich meine? Macht das Sinn oder nicht? Ja, aber ich glaube, ich hatte irgendwo gelesen, dass es schon die, also ich weiß die Unterscheidung nicht mehr genau, wie das definiert war. Aber Emotionen, das war, glaube ich, schon so, dass es wie Wut, Trauer, was halt einfach so kommt und geht irgendwie. Aber kann ich jetzt auch nicht. Also, es ist schon irgendwie, gibt es diese Unterteilung. Aber wird halt auch oft nicht gemacht. Deswegen habe ich gesagt, ich glaube, das ist ein bisschen davon abhängig, auf wen man sich bezieht, auf welches Modell. Es gibt ja auch wirklich viele Modelle zu gefühlen und so. Aber du hattest ja eigentlich noch gefragt, wie du mit Wut von anderen Leuten umgehen kannst. Ja, genau. Also, ich habe eigentlich die Frage gestellt, weil ich habe den Eindruck, es gibt zwei Arten von Menschen. Es gibt halt Menschen, die, Erwachsene, die, weil Kinder können das nicht. Kinder sind so, die fordern Korregulation ein, indem sie quasi auch, das beschreibt sie auch in dem Buch Kalte Kindheit, dass man emotional unreife Erwachsene daran erkennt, dass sie immer noch wie ein Kind die einfordern, dass alle anderen sich um deine Emotionen kümmern. Und das quasi nicht ausgesprochen werden muss, aber das wie so eine Ausstrahlung ist, die diese Personen haben. Und dass man halt da, also, dass die halt nie gelernt haben, ihre Emotionen selbst zu regulieren und zu integrieren. Und ich habe halt das Gefühl, dass es nicht nur so ist, dass wir halt gelernt haben, wir müssen dafür sorgen, dass es allen anderen gut geht und sind dafür verantwortlich, also vor allem wir Frauen, sondern dass wir auch gleichzeitig viele erwachsene Menschen haben, die emotional halt noch auf dem Stand des Kleinkindes sind und halt sehr expressiv mit ihren Emotionen umgehen und sie nicht selbst regulieren, sondern diese Regulation, ohne es auszusprechen, von anderen einfordern. Es ist ja halt auch so, wenn ich irgendwie, Beispiel Straßenverkehr, yay, wenn ich Leute einfach so random anschreie, dann ist es eigentlich auch im Kern Aufforderung zur Co-Regulation. Weil es gibt ja gar keinen Sinn, es gibt ja keinen Streitpunkt oder so. Ja, voll. Wenn ich jetzt auf Leute, selbst jetzt der Mensch, der irgendwie auf Leute losgeht oder so, ja, das ist einfach irgendwie Co-Regulation. Ja, aber auch, wenn ich irgendwie, weiß ich nicht, jetzt innerhalb der Familie jetzt rumsitze, also wenn ich jetzt sage, ich bin jetzt schlecht gelaunt, wenn ich jetzt dann oben mit der Familie am Tisch sitzen würde und dann die ganze Zeit halt negative Bemerkungen machen würde oder so, dann wäre es ja auch ... Ja, genau, das ist halt auch Aufforderung zur Co-Regulation, dieses Sticheln halt. Genau, aber das, also, das ist ja eben genau dieses emotionale Unreife, was man eben nicht machen sollte, sondern, also, ich habe für mich gelernt ... Dass man die Regulation auslagern muss, weil man es einfach selbst nicht gebacken bekommt, die eigenen Gefühle zu regulieren. So, und jetzt will ich sagen, wie ich gelernt habe, was man dann tun kann, weil ich war diese Person, die rumsitzt und stichelt. Mhm. Und ich bin sie manchmal immer noch. Und ich habe gelernt, dass man, lol, das ist auch jetzt keine krasse Erkenntnis, aber ich setze mich einfach hin und fühle. Ja. Ich glaube, so einfach ist es auch. Und das ist, dass man, also, so einfach und gleichzeitig schwierig ist das auch. Ja, aber ich glaube, man muss ... Das ist ultra schwierig, aber es ist halt eigentlich, so einfach ist es. Was macht ihr, wenn ihr schlecht gelaunt seid? Ich schaue eine Serie. Warum? Weil ich will nicht mehr schlecht gelaunt sein. Nee, setze dich hin und fühle. Und danach bist du wirklich nicht mehr schlecht gelaunt. Sonst überlagerst du dein Gefühl nur. Das hatten wir auch letztes Mal so. Ja, sonst behinderst du quasi die Verarbeitung davon, oder? Ja. Dass du das überhaupt verarbeiten kannst. Und dann ist es irgendwie, du spürst es zwar nicht, aber es ist einfach vielleicht ins Unterbewusstsein gerutscht oder so. Don't know. Aber es ist dadurch ja nicht verarbeitet und irgendwo noch da unterschwellig. Ja. Und da kann dann in der nächsten Gelegenheit ... Deshalb ist es ja auch so zum Beispiel, dass so ungeklärte Streitigkeiten so weiterschwellen und dann einfach bei der nächsten Gelegenheit wieder ausbrechen. Ja. Das ist halt dann unterdrückt und dann gibt es halt irgendwann die Eruption. Ja. Ja. Also, was ist die Lösung? Emotionen fühlen. Neugierig sein auf die Emotionen von anderen. Wir müssen unseren Kindern beibringen, dass Emotionen wichtig sind. Und deshalb ist ja eben dieses Gefühle begleiten so unglaublich wichtig, was wir ja die ganze Zeit machen, wovon wir immer reden. Das ist der Zweck von Gefühle begleiten, den Kindern halt eine gesunde Gefühlswahrnehmung und Gefühlsregulation ermöglichen, dass sie emotional reifen können. Dass sie emotional erwachsen werden. Emotional Intelligenz bekommen und adäquat einfach auf die Gefühle von anderen Menschen reagieren können. Aber auch auf Scheitern und so weiter. Auf Scheitern, auch sich halt abgrenzen können von den Gefühlen anderer Menschen. Ja. Ja. Und sich halt selbst regulieren. Wenn man sich selbst regulieren kann, dann muss man halt nicht andere Leute eingehen, um sich zu korregulieren. Und das ist halt wichtig. Oder halt einfach benennen, dass man korreguliert werden will. Einfach sagen, hey, kannst du gerade mal kurz meine Gefühle begleiten? Ich habe es auch voll hilfreich, wenn man das schon sagen kann. Ja, voll. Und dadurch werden, also das ist ja auch, glaube ich, ein wichtiger Anteil von psychischer Gesundheit und Resilienz. Dass man irgendwie mit der eigenen Emotionswelt umgehen kann. Im Endeffekt ist es das, was man in Therapie macht. Man bekommt einfach eine Stunde Gefühle begleiten. Ja. Und das fühlt sich gut an. Ja. Okay, cool. Ich glaube, wir sind am Ende der Folge angelangt, oder? Ja. Ja. Es war schön. Spannend, ja. Sehr spannend. Ich bin immer noch schlecht gelaunt. Das ist okay. Kein Problem. Ich bin aber nicht schlecht gelaunt. Und ich bin einfach nur, was die leistungs- und kapitalistische Gesellschaft angeht, gerade ungünstig gelaunt. Ja. Cool. Okay. Praktisch. Ja. Dann, wenn euch unser Podcast gefällt, dann bewertet und teilt und macht so Sachen, damit kommentiert, keine Ahnung. Macht so Sachen damit. Macht tolle Sachen für uns. Nee, das hilft uns natürlich, dass der Podcast irgendwie sichtbar ist. Und das ist für uns halt auch schön, wenn wir sichtbar bleiben. Und ansonsten freuen wir uns schon auf die nächste Folge. Und auf euer Feedback. Und gerne auf euer Feedback. Gut. Schön, dass wir uns gut sind. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020